Hallo und herzlich willkommen zur... Was machen die denn alle? Also ich hab das jetzt schon die ganze Zeit beobachtet. Die stehen auf, machen irgendwelche komischen Bewegungen, rennen im Kreis und legen sich wieder hin. Willkommen zurück zur State of Decay 2. J.E. Junge Dschungelhaut Edition. Es ist zwar noch finster, aber macht erstmal nichts. In der Zwischenzeit ist Folgendes passiert. Wir hatten hier eine Zombie-Hoodre gehabt. Eine kleine. Nichts aufregendes. Unnaderisch, dass die Moral gerade ein bisschen... Hey, U, was ist denn? So niveaulos ist. Du bist auf. Wollen wir mal ein Festessen machen. Mal sehen, ob das was bringt. Bup, 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 bup. Biker-Küche verwenden. So, Lorewasser heißt und Aktionsgeschwindigkeit-Küche. Rationierung verordnen. Festessen verbreiten. Zehn Minuten. Ich warte, dass wir nochmal Benzin... ...ne Tankstelle machen. Hat die noch Munition? Ja, Ratsa. Tankstelle machen, um... ...ein Außenposten zu machen mit Benzin. ...und dann... ...werde ich noch... ...Munitionsvorrat... ...außenposten. 63, 64, was ist denn das für ein Unsinn? ...und dann Menschen, sie hat das nicht gebraucht... ... hielt. Ja, ist ja fast hell. Oh, das war dann das. Waffen sind ohne Munition. Ja, ja. Nicht mehr Zombies? Hm, zu schlecht. Nichts wertvoll zu nehmen. Die werden bestimmt gleich kommen, die Zombies. Ich geh erst draußen die Dinger hier abchecken. So, dann können wir den gleich mal tanken. So, hier gibt's noch irgendwas, was ich mir angucken kann. Hm, das ist bestimmt oben auf dem Dach. Oder hier hinten. Aber ich geh immer vom Dach raus. Hier gibt's aber noch was. Du weißt, das würde einen guten Outpost machen. Schließfach im Außenposten, Charakterwechsel im Außenposten, Benzinvorrat 1 pro Tag. Stetigen. Abgeschlossen. Kann man das jetzt mal hier lassen wieder. Das geht irgendwie nicht. Okay. Da tue ich das jetzt mit dem Kofferraum rein, derweiler. Und ein Außenposten mit Munition. Das ist gut. Dieses Seuchenzeug möchte ich auch mal machen. Irgendwie. Nagelstuhl hier. Das ist Essen. Ach, ich hab nicht mehr so viele Kneter. Externer Zähne. Geht zur Basis von der Medizinerin einer Gruppe ehemaliger professioneller Mediziner. Gut, machen wir das. Ich bin da in einem Fluss. Das ist ein Krankenwagen. Mal angucken den Krankenwagen. 3 9 10 10 100 So, wie viel Platz hab ich hier drinnen? Acht. Wie viel hab ich hier? Sechs. Oh, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das ist ja doof. Oh, hier geht's. Oh, hier geht's. Ah, kann man das genau höher sein? Warum öffnen? Was ist das? Fortsetzen. Das ist das. Das. So. Wie sieht's jetzt hier aus? Munition bräuchte ich. Das ist komisch, dass der Krankenwagen weniger Platz hat als wie dieses kleine Auto hier. Ich sch consumed die Auto. So macht man das. Oder so. So wo ist denn hier ein Mediziner? 85 Meter? Das ist doch nicht. Die sind nicht so gut. Die sind nicht so gut. Sie müssen uns mit dem Schraubchen. Ich spreche mit Matt. Was ist doch der hier? Danke für die Antwort. Wir haben im alten Krankenhaus gearbeitet und würden gerne wieder Leben retten. Das trifft sich gut. Nicht sterben ist genau unser Ding. Entweder wir respektieren unsere Arbeitspläne, oder wir bekommen dich noch eine Überraschung wie das. Ich bin glücklich, wenn du das gemacht hast. Wenn deine Leute etwas brauchen, wenn du eine Medizin und eine Medizin brauchen, gib uns einfach Bescheid. Wir werden dir das zurückzahlen. Hm, da ist die Medizintausche. Ich darf die diesmal nicht vergessen. Oh, sind die hier alle im Weg, ey. Das ist so zum Kotzen manchmal. Was haben wir denn hier? Ich weiß, hier kann man ja verkaufen. Oh, ein Kaffee. Gleich mal trinken. Oh, schön. Die würde ich ja gerne auch nehmen. Der Schurken schreckt der USA. Der hat aber weniger Stärke, Saubergenauigkeit. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Kann man mir denn jetzt hier interagieren, um zu handeln? Ich bin glücklich, dass du siehst, du bist noch in einem Stück. Ach, ja. Kannst du ein bisschen Business machen? Okay. Das ist viel Geld. Das kann hier bleiben. Ich bin glücklich, dass du siehst, dass du siehst. Ich bin glücklich, dass du siehst, dass du siehst, dass du siehst, dass du siehst. Ich bin glücklich, dass du siehst, dass du siehst, dass du siehst, dass du siehst, dass du siehst. Was man hat, hat man. Okay, ich habe alles hier untersucht. Er ist durchsucht. Durchsuchtet. Binsen. Schön. Das ist ziemlich schwer. Das ist ziemlich schwer. Ich bin glücklich. Das heißt, wir fahren jetzt wieder zurück. Was ist das hier? Menschenbedarf an Lebensmitteln. Waren wir. Wo ist es? Das heißt, ich muss wohl lang fahren. Ich bin glücklich. 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 Aber ich bin glücklich. So, könnte man eigentlich mal angucken, der hat U plus 6, so Quatsch. Sprech mit echt darüber, ihre Gruppe ein paar Lebensmittel zu geben, habe ich gemacht. Ah hier, ähm, ach so, Lebensmittel. Das da, das da. Wir teilen gerne. Infos, Mechanik. Infos, Elektrizität, das war vielleicht nicht verkehrt, kann ich die anwerben? Sehr schön, deine Gemeinschaft aufnehmen. Was, das wird die verbleibenden Mitglieder der Menschen auflösen? Ja. Ach ja, das war er hier, der hier so lange gesessen hat. Let's get to you. Zombie, all clear. We're good. Hm. Das ist viel. Das ist viel. Du denkst, dass ein von euch Leute uns hierher helfen könnte? Nee, nix mit helfen. Bedarf an Lebensmittel, ich habe gar keine Lebensmittel dabei. Nee, die Mission machen wir, ne. Ich habe keine Lebensmittel. Wir werden jetzt Außenpost machen, irgendwo. oder das Blutherz. Aber für das Blutherz habe ich wieder keinen... keine Knallfräscher dabei. Ja, das ist für die Ich bin in der Schule, meine Familie überrascht mich mit einem Reise nach dem Grand Canyon. Sie haben wahrscheinlich vergessen, dass ich das Camping liebte. Aber ich werde sagen, die Sicht war spektakulär. Wenn ich die Basis rauskomme, bringe ich immer wieder zurück. Ich habe zu viele Freunde alleine gesehen und nie zurückgekommen. Ich werde wieder zurückgekommen. Na, Aussichtstrom gucken. Wo sind Gebäude? Ich brauche definitiv Munitionsvorrat. Benzin, Lebensmittel, Wasser, Strom haben wir. Ich glaube noch gar nicht. Elektrisches Licht deaktiviert. Was haben wir da? Das ist gut für jetzt. Ja. Elfen beim VBK Wohnwagen. Sauberweiserwagen. Fincherste Oberstand. Hm. Was ist denn das hier? Permanente Schutzzone. Ich brauche ein Munitionsdepot. Wartungsschuppen Asphalt. Muss ich nochmal hier runterfahren. Man könnte ja die Story auch mal wieder vorantreiben. Man könnte ja die Story auch mal wieder vorantreiben. Ich habe ein Stoppschild überfahren. Ich habe ein Stoppschild überfahren. Was ist das? Und das? Ja. Hm, ich glaub ich seh ihn. Da ist ein Van. Ah, ich glaub der Van, der hat ja auch nicht so viel Platz. Der hat genau so viel Platz. Was krieg ich hier? Verringerte Funkabklingzeiten. Hm, brauchen wir eigentlich nicht. Oh, ne Kiste. Aha. Ah, zum Geraden. Du musst mal n Rest mit. So. Nein. Nicht runter. Kleines reutes Lagerhaus. Durch lächerter Schippen. Aha. Beobachtungsposten. Da ist ein Fahrzeug, das noch nicht funktionieren könnte. Okay, nichts mehr zu sehen. Hm. Naja, dann machen wir mal zu dem Reparatur werden. In die Richtung guck ich gerade. Das Ding. Wunderschönen. Oh. 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 Das ist dasselbe wie dort unten. Das ist ja auch scheiße. Gibt es nichts mit Munition? Womit Kevin handelt. Und zwei Betten. Das ist ja nur permanente Schützzäune. Das will ich ja nicht. Gibt es das Ding bloß eh noch? Und das. Zombies für Stück. Ja gut, machen wir das mal. Ich bin hier. Ich kenne euch alle Familie. Ich bin sehr glücklich, dass ich dich kennengelernt habe. Danke. Ich mag es. Ist das überhaupt nichts sinnvolles? Schauen wir uns an. Warum holst du weg? Zeig mal was du hast. Für etwas Sprengstoff. Schauen wir uns etwas Business machen? Okay. Sweet. Was hast du für uns? Okay. Okay. Das hat er ja nichts. Könnte ich ja weghauen. Schmerzmittel, Benzin. Ich bekomme dir einen. Hast einen guten. Schmerzmittel. Hey Frodo. Ich war noch gar nicht fertig. Gut. Was wollte ich machen? Irgendwas hier unten. Blut. Dings. So. Was wollte ich jetzt hier mit dem Sprengstoff hier? Weil ich jetzt mich da. Um Sets anzulocken und abzulenken. Wenn das Palfen vorüber ist, explodiert. Und jetzt seht ihr. Der landiert nicht bei Kontakt. Ah. So. 44er, 45er. Wie viel habe ich hier in der Tonne? Oh. Das dürfte passen. Einfach mal öffnen. Was ist denn jetzt los? Hat sich jetzt aufgehangen? Ach gut. Tja. Liebe Zuschauer. Keine Ahnung was hier los ist. Hier. Man sieht es aus. Auf dem Mauszeiger. Irgendwie hängt es gerade. Keine Ahnung. Danke fürs Zusehen. Liken und Abonnieren würde ich mich freuen. Und da sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi.